Hinter der Glarscheibe, dass Strafgeld bezahlt werden, damit ihr eure Strafnausweise wieder bekommt. Bäumens geht leider mit der Matte 3. Da dreht sich ein John H. Magdeburg gegen Leon Witturek. Stimmt da. Bitte auf die Matte 3. John H. Magdeburg gegen Leon Witturek und Stendler. Pact 69, Pact 3. Jetzt heißt es an der Reihe, Pact 70, Lillard Altenburg, PSG Halle-Neustadt gegen Pascal Fliller.